Die Welt verändert in der zweiten, und verwirrte Männer leben glücklich auf Berggipfeln. Glückliches Leben ist wie Bienen bringen ihren Honig sicher. Der Vogel aus unserem Paradies fliegt im Himmel die Früchte des Paradieses zu bringen. Vor Blume, es gibt den Dorn, die Waffe des Feindes ist Revolution. Die Wut ist ein zweischneidiges Schwert, und die Männer schneiden die Zweige, also die Revolution durchgeführt haben. Wir bauen unsere Rechte wie Damm in die Flut, also die Flut entsteht durch blinde Männer. Wenn das schwarze Herz tötet Güte, gewinnt der wunderschönen Verstand. Schlechte Sache Schmerz gute Männer, das Böse besiegten. Geschrieben von Rihem Eitev